Ravido Retrové, schön, dass Sie wieder das Arte-Journal schauen. Russland und die Ukraine greifen gegenseitig ihre Energieinfrastruktur an. Auf ukrainischer Seite sollen Heizkraftwerke stark beschädigt worden sein. Und in Südrussland gab es Explosionen und Brände in Ölraffinerien. EU-Wahlkampf ohne Spitzenkandidat. Die AfD verzichtet bei ihrer Auftaktveranstaltung in Donaueschingen auf Maximilian Krah. Er hatte wegen möglicher Verbindung zu Russland und China seine Teilnahme abgesagt. Und die Pariser Philharmonie lädt zu extremer Musik ein. Nicht der Klassik, sondern dem Genre Metal ist ihre jüngste Ausstellung gewidmet. Immer wieder greift Russland Energie- oder Transportinfrastruktur in der Ukraine an. In der letzten Nacht besonders intensiv. Kiew meldet zwei Tote, elf Verletzte und vier beschädigte Heizkraftwerke. Die Ukraine ihrerseits hat bei einem groß angelegten nächtlichen Drohnenangriff zwei russische Ölraffinerien und einen Militärflugplatz in Südrussland getroffen. Mehr mit Leo Sanmachtich. Nur wenige Monate vor dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 22 hatte der oberste Gerichtshof in Moskau die weltweit renommierte NGO Memorial aufgelöst. Und zwar wegen ihrer historischen Forschung und Aufklärung zum Thema politische Repression in der UdSSR, vor allem zum Terror Stalins. In Russland werden historische Dokumente zu zahlreichen Opfern Stalins nach wie vor als geheim eingestuft. Die Memorial-Macher wurden ebenfalls von der Justiz verfolgt oder müssen ihre Arbeit aus dem Ausland fortsetzen. Im letzten September hat Memorial nun das Projekt 30 Jahre davor gestartet. Gemeinsam mit zahlreichen anderen NGOs und SpezialistInnen versucht die Organisation zu rekonstruieren, wie es zur heutigen Diktatur in Russland kommen konnte. In der GT Lyrik, einem von Arte mit unterstützten Kulturort im Herzen von Paris, stellen die Aktivisten an diesem Wochenende einen Zwischenstand vor. Und Nikola Joks war für uns vor Ort. Der Skandal um mögliche Spionage für China oder Einflussnahme aus Russland im AfD-Büro des EU-Parlaments könnte der Partei nicht ungelegener kommen. In Baden-Württemberg, in Donau-Eschingen, wollten sie heute die heiße Phase des Europawahlkampfes mit ihrem Frontmann Maximilian Krah einläuten. Der aber hatte nach einem Gespräch mit den Parteichefs seine Teilnahme absagen müssen. Stefanie Hinzmann berichtet. Es gibt wenig Länder der Welt, die seit Jahrzehnten von so vielen Krisen erschüttert werden wie Haiti. Schon immer sind die Menschen in dem Karibikstaat von Tropensturmen und Erdbeben bedroht. Dazu kommt die akute Sicherheits- und Ernährungskrise von der politischen Gans zu schweigen. Drei Zahlen, um das Ausmanns des Elends zu verstehen. 80 Prozent der Hauptstadt Porro-Prince sind in den Händen krimineller Gangs. Ca. 2500 Morde gab es allein seit Jahresbeginn und knapp die Hälfte der Bevölkerung ist mangelernährt. Dem in dieser Woche neu ernannten Übergangsrat steht also eine Mammutaufgabe bevor, wie Marianne Skorpies berichtet. Wie jeden Samstag tauchen wir jetzt ein in die wunderbare Welt der Wissenschaft. Zuerst die Coast-News dieser Woche, die am Ende, Sie werden es sehen, mit einer blühenden Idee überraschen. Tja, und um das Leben dort zu erforschen, wo den Menschen Grenzen gesetzt sind, werden in der Antarktis jetzt neuartige Drohnen eingesetzt. Im Dienste der Umweltwissenschaften sollen sie in abgelegenen Gebieten forschen. Die Drohne sammelt Daten, die dann den verschiedenen polaren Wissenschaftsdisziplinen zur Verfügung gestellt werden. Also Klimatologie, Gletscherforschung, Geologie und für die Erforschung der ozeanischen Ökosysteme. Marina Mekawi stellt uns das fliegende Helferlein vor. Wollten Sie immer schon mal die Codes und Hintergründe der Metal-Music entdecken? Das Genre erfreut sich ja seit 50 Jahren großer Popularität und konnte sein Publikum immer wieder aufs Neue verjüngen. In ihrer Reihe Extreme Musik widmet die Pariser Philharmonie dem Metal bis Ende September jetzt eine wirklich sehens- und hörenswerte Ausstellung. Untertitel Diabolus in Musica. Bertrand Lutz stellt sie Ihnen vor. Und sie ist nach Frankreich unterwegs, die Olympische Flamme. Voilà, das war's vom Info-Team an diesem Samstag. Genießen Sie den Sonntag und bis morgen Abend dann schon um 19.10 Uhr. Merci, à demain. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.